Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Heute geht's weiter im Tower erfunden Welt 4. Wir starten als kleiner Mario, weil ich gestruggelt habe oder verkackt habe im letzten... Ja, 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 was ist das denn hier? Im letzten Part-Level-Dings. Was ist das denn für ein Tower? Ist ja einfach ein Castle. Oh mein Gott, nicht verkörscht werden. Das wäre ein grausamer Tod. All right. Also bei Mario starten wir hier rein und... Oh nein, steigende Lava, steigende Lava, steigende Lava. Oh Gott, das wird ein Struggle. Oh, oh, ei, 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 das war fast wieder. Hat man das gehört? Hat man das Vibrieren meines Handys gehört? What is hier links? Hier links is nix. Okay, bitte gib mir einfach die Starcoins, ich habe keine Ahnung wo die sein sollen. Ja, die ist links, fuck. Uiuiuiui. Bitte sag aber nicht, dass sie links war jetzt. Sie war hoffentlich nicht links, sonst finde ich ein bisschen gearscht mit Starcoins. Bitte sag, wie sei die Erste, bitte sag, wie du bist die Erste. Ja, hallo! Ey, was soll das? Ich hab doch nach oben gedrückt. Ey, diese Controller ist einfach muck. Oh, nein, Alter, es geht schon wieder gut los. Oh, Mann. Es ist irgendwie so ein Ritual, dass man jedes Mal im ersten Level, dass man den Part spielt, einfach stirbt. Zumindest bei mir. Ich verkacke immer beim ersten Level. Vor allem, das war richtig dumm, ich hab sogar nach oben gedrückt, aber nein, das Game wollte mich nicht laufen lassen. Oh, 6ix9ine Münzen, geil. Jetzt müssen wir ein bisschen durchspeedrunnen hier, weil ich weiß ja, wo die Starcoin ist. Ho! Jesus Christ. Hier links war nichts, oder? Es ist nicht die Erste, glaube ich. Es ist die Zweie, ja. Da unten links wäre noch was gew- Eieieieiei! Hallo, was soll das? Scheiß! Mann! Ja, da unten links wäre die erste gewesen. Fuck. Hallo, die Lava kommt. Bitte lass mich durch. Oh mein Gott. Oh. Nein. Dummheit tut schon weh. Dummheit tut schon weh. Ey, wenn Dummheit weh tun würde, wäre ich schon lang tot. Bitte kein Checkpoint. Ich muss noch... Ich muss noch... Ich muss noch mal zurück. Und... Bitte, 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 bitte. Ah, fuck. Ich habe keinen Power mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin einfach im Arsch. Alter. Stimm mal ein bisschen. Oh no. Oh, ja. Red Coins. Vielleicht darf ich sie? Ne, darf ich nicht. Okay. Ich muss durchpassen hier. Ich kriege nicht mal... Ich kriege nicht mal ein Power ab hier oben. Wie soll ich denn diesen Bowser Junior fetzen jetzt? Äh. Stammvertacken habe ich gehört. Yo. Was macht der denn? Nimm den. Ha. Gedreckt. Wenn du... Wenn du... Mit... Ach, komm. Ja, mach, mach, mach. Komm. Bäm. Er mit seinem Bandana. Einfach Sprungkraft-Effekt aus Minecraft. Ah, okay. Ja, speichern ist immer gut. Und auf ein neues. Wir brauchen die Star-Coins. Das wird glaube ich auch bei der Datei angezeigt im Menü-Screen dann, wenn wir alle Star-Coins haben mit irgendwelchen Stern-Markierungen oder so. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe das Game selber nie auf 100% durchgelegt. Oder habe ich? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Kann auch sein, dass es nicht so war. Keine Ahnung. Okay. Äh, die erste Star-Coins war hier oben und irgendwo links dann. Oh, oder? Das Item nehme ich gerne mit. Aber bitte nicht unter stressigen Conditions hier. Komm, 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 komm. Ah. Nein, ich muss mich drehen. Oh. Jesus. Oh. Oh mein Gott. Wieder drehen bitte. Ich will gar vorne sein. Danke. Oh. Die Lava steigt ja mal höher. Oi, oi, oi. Durch verroschen. Dann haben wir es. Oh, oh. Hallo, spring. Mario, du Depp. Oh mein Gott, alter. Mario, was ist mit dir? Hallo. Oh mein Gott. Nein, ey. Was? So viel Choking heute, ey. Gibt es doch gar nicht. So. Erstmal feuern. Ach, muss. Ja, super. Danke. Yo, wie schnell wirfst du die bitte? Chimma. Alter. Was ist mit ihm? Chimma, alter. Wow. Was ist? Was für drungen er genommen? Nimm den und dann stirb. Alter. Wie schnell war er gerade? Holy shit. Holy moly. Yay. Haben wir alle Starcoins hier? Ich will mir nochmal sicher sein. Ja, okay. Perfekt. Och. Okay, dann äh. Erstmal alle Pfade freikaufen. Für die Komplettheit des Spiels. Perfekt. Dann hier noch den. Machen wir mal weiter mit Welt 4a, wenn wir schon hier sind. Und let's go. So, ich bin gespannt, was es ist. Es ist ein ganz normales Dschungel-Level. Okay, nice. Nice. Ah, Tarzan, habe ich gehört. Der geborene Tarzan einfach. Danke. Was war das denn? Ach, du Scheiße. Tarzan, wow. Geil. Ach, fuck. War das wichtig, dieses Teil? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, was denn keck. Okay, ciao. Ui, ui, was ist denn da los? Was? Schon Checkpoint? Ich habe keine Starcoin gewonnen? Ja gut, da habe ich auf jeden Fall was verpasst. Aber wo ist die Frage? Gehen wir mal zurück. Hallo, Game? Wollte ich verarschen? Ah, ich muss dann die Liane da hoch, ne? Und jeit. Oho, wie knapp das war. Wo bin ich jetzt? Ah. All right, get out of here. Hey, warte mal, wir haben die erste Star. Es gab bis zum Checkpoint keine einzige Starcoin, was? Holy shit, was ist das denn für ein Level? Warte, hier kann man noch safe in irgendeine Röhre rein? Warte mal, warte mal. Das sieht mir ein bisschen verdächtig aus hier. Ich bogere auf die da unten. Yo, einfach der King. Einfach der Mario King. Einfach der Star. Ah! Okay, sorry. Welche Röhre führt zurück? Okay. Eine Einwegröhre anscheinend. Holy shit! Oh ja! Nochmal tatsachen. Oh, ich muss da hoch, Alter, was? Ähm. Das können wir doch besser. So sehen wir doch alt aus hier. Moment, so. So. Und jetzt. Und jetzt. Oh, perfekt. Uh. Ich muss kurz gucken, ob ich irgendeinen Secret Exit verpasst habe. Nein. Das Geisterhaus hat einen. Oh, ich sehe gerade, dass wir den Secret Exit beim Geisterhaus nur bekommen können, wenn wir Mini Mario sind. Das heißt. Was heißt das? So, Welt 4, 4. Oh, die Dinger. Oh, das war dumm. Scheiße. Kann ich die mit dem Panzer killen? Lol. Tatsache. Oh Gott. Ja, scheiße, mach die roten Münzen. Die sind jetzt nicht unbedingt wichtig. Ey, was? Ich hab dir nicht favoriert. Okay, okay. Danke, danke. Dann wäre jetzt ein Power-Up sehr angebracht. Finde ich. Ah, wo man davon spricht. Wow. Wow, ein Pilz. Super. Danke. Ah, das war eine tricky Starcoin, die man, glaube ich, aber bekommen konnte. Oder muss man da oben durch irgendwie? Weiß gar nicht mehr. Nee, hä? Man muss ja da irgendwie hoch. Oh, was? Wie? Oh mein Gott. Hätte ich nicht begreicht, dass das geht. Aber anscheinend... Anscheinend geht's. Oh mein Gott. Mit BfL ist das gleiche passiert, wie mit dem Panzer. Jo, was ist das denn? Okay, die war richtig easy. Nein! Und dann sterbe ich so? Das ist nicht... Das ist... Oh mein Gott. Ach, scheiße, Mann. Warte, warte, warte. Alter. Ah, was? So einfach wär's? Alter, so einfach, das sag ich jetzt. Warte, warte, warte. Harte, pf. Ah, okay. Okay, perfekt. Yeet. Alter, dieser Sound. Aua. Okay, 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 okay. Hallo. Bitte da runter, danke. 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 Hier hab ich gejockt. Okay, was mach ich hier falsch? Bro, was ist mit meinem Kopf? Ist er dann einfach runtergelaufen? Einfach ein Bomber. Warum bin ich so dumm? Mann, warum krieg ich den Mini-Pilz aus diesem... Special-Item-Ding, Alter. Alles, was ich... Ich könnte schon lange fertig mit der ganzen Welt sein. Aber nein. So, jetzt bitte, komm. Aha. Guck mal, so einfach wär's. Aber nein, ich brauch 3000 Jahre für den Scheiß. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Das war echt ein bisschen... Echt ein bisschen zu sehr gestruggelt. Wie viele Level gibt's noch? Es gibt noch einige Level. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Nee, komm. Ich brauch ne Pause. Beim Geisterhaus gibt es übrigens einen Secret Exit. Den werden wir im nächsten Part finden. Und bis dahin. Seid gespannt. Das ist ein Like da. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.